Bonjour und guten Morgen aus Paris. Wir sind Andreas Berten. Melanie Mayer, guten Morgen. Wir sind als Funke Reporter bei den Olympischen Spielen in Paris und liefern euch jeden Morgen ein kurzes Update über das, was am gestrigen Tag geschah und was heute zu erwarten ist. Ja, gestern ging ein warmer Medaillenregen über das deutsche Team hernieder. War nicht unbedingt zu erwarten, oder? Ja, erstmal warm ist gut. Früh bis zum geht nicht mehr diese Stadt, wirklich teilweise nicht aushalten. Ja, aber damit war nun wirklich nicht zu rechnen, dass es gleich vier Medaillen gibt. Schön fand ich ehrlich gesagt auch mal, dass es jetzt nicht nur einfach goldene waren, worauf natürlich alle blicken und alle staunen, am Ende drüber staunen, sondern eben, dass es auch mal die Zweiten und Dritten sind, die sich belohnt haben für ihre Leistung, für ihre Anstrengungen, die ganze Vorbereitung für Olympia vorher. Wir haben Miriam Budgereit gehabt, die Jodoka, die sehr enttäuscht war über ihre finalen Niederlage gegen die Kroatien. Das war schon echt heftig. Elena Lillik hatten wir im Kanu-Slalom. Komplettes Gegenteil in der Reaktion. War komplett erleichtert, super happy, schrieb vor Freude im Ziel, weil sie wusste, besser hätte ich es nicht machen können. Egal, was hier jetzt bei rumkommt, das war der Belauf meines Lebens. Und zumal die Kanu-Slalom-Kanuten ja schon dieses Drama mit Ricarda Funk hatten, deswegen da große Erleichterung. Der Doppelfierer im Rudern ist vom letzten Platz noch vorgeprescht auf den dritten, auch ein tolles Rennen. Da hat, glaube ich, wirklich kaum noch einer. Da waren, glaube ich, einige überrascht, dass am Ende da eine Medaille kam. Absolut. Wenn man den Anfang des Rennens gesehen hat. Und im Schwimmbecken gab es dann nochmal Bronze am Ende durch Isabel Gose. Ja, nochmal einen rausgefischt am Ende. Ja, und dann gab es natürlich einen absoluten olympischen Moment. Gestern Mittag schon fing es an und ein bisschen Arm zog sich es allerdings hinein, weil nach gut drei Stunden hat Angelique Kerber den letzten Ball ihrer Profi-Tennis-Karriere gespielt. Er ging leider ins Netz, wodurch das Ausscheiden im Viertelfinale des Olympischen Tennisturniers besiegelt war. Ja, ein großer Moment auf jeden Fall. Wir haben auf dieser roten Asche von Roland Garros schon gesehen, wie Rafael Nadal sein sehr, 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 sehr wahrscheinlich letztes Einzel gespielt haben wird. Bei Angelique Kerber war es deutlich emotionaler. Ehrlich gesagt, gut, Rafael Nadal spielt noch im Doppel mit Carlos Alcaraz. Bei Angelique Kerber ist das Turnier jetzt vorbei und damit auch die Karriere. Das war schon sehr beeindruckend und tolle Sportlerin, die das deutsche Tennis, das deutsche Damen-Tennis über anderthalb Jahrzehnte im Grunde genommen geprägt hat. Und sie hat einfach in diesem Spiel nochmal gezeigt, was sie ausgezeichnet hat. Wirklich dieses an sich Glauben, weiterkämpfen bis zum Umfallen. Das war ja wirklich so, die war ja stehend K.O. Die hat ja zwischendurch hohe Bälle gespielt, einfach weil sie nicht mehr konnte. Und dann so lange aber noch durchzuhalten und wirklich alles zu geben, das war wirklich Chapeau, sagt man da, glaube ich. Ja, und Gegenhalten, Aufholjagd hast du auch erlebt. Ja, genau. Leider ist es auch nicht viel besser ausgegangen. Gestern beim Tischtennis Dimitri Ovchorov hat gegen den 17-jährigen Felix Lebrun aus Frankreich gespielt. Und irre, 0 zu 3 zurückgelegen, aufgeholt und im Entscheidungssatz dann leider verloren. Aber was für eine Stimmung. Das ist ja ein Megatalent, der Franzose. Ja, der ist irre, der ist wirklich, wirklich krass. Also auch wie der das nervlich durchgehalten hat, das am Ende dann doch noch gegen einen so gestandenen, so erfolgreichen Sportler dann auch zu bestehen und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Das war wirklich beeindruckend. Und halt die Kulisse hat ihn komplett getragen. Also ich habe noch nie eine Tischtennis-Halle derartig laut erlebt. Also es war wirklich Stimmung wie im Fußballstadion. Allee Leblö an allen Ecken. Also wirklich, das war ein starker Moment leider mit dem schlechteren Ausgang für den deutschen Spieler. Ja, starke Momente werden wir heute sicherlich auch nochmal haben. Anna-Maria Wagner, die Judoka und deutsche Fahnenträgerin, ist im Einsatz. In der Klasse bis 78 Kilo. Medaillenkandidatin wahrscheinlich oder vielleicht auch eine Goldanwärterin, muss man mal sehen. Aber so ziemlich, ehrlich gesagt, gut, gestern haben wir auch gesagt, dass nicht so viel drin wurde, dann überrascht. Aber momentan stand jetzt, würde ich jetzt mal sagen, vorhersehbar das einzige heiße Eisen, was wir heute im Feuer haben. Ja, genau. Also das wird wahrscheinlich so sein. Highlights gibt es natürlich trotzdem. Es wird in etlichen Disziplinen geht es heute nochmal rund. Simon Balz hat ihren nächsten Auftritt, diesmal im Mehrkampf alleine. Ja. Das ist natürlich immer ein Hingucker, wird rappelvoll sein in der Halle. Ja. Und bei den Teams sind die deutschen Basketballerinnen nach ihrem Coup gegen Belgien, heute gegen Japan gefragt. Und die Handballerinnen haben es äußerst schwer, sie spielen gegen Dänemark. Genau. Ja. Wie das Ganze dann am Ende ausgeht, werdet ihr bei uns in den Portalen nach wie vor lesen können. Aber natürlich erzählen wir euch auch morgen davon, was so alles passiert ist. In diesem Sinne sagen wir, au revoir.